Achso, du bist draußen, okay. Ja, ja. Achso. Machen wir jetzt erstmal ein bisschen Vorrat, weil ich hab da hinten Kode gefunden. Jetzt hab ich keine Stickies. Was brauchst du denn? Ich muss mir grad mal Stickies machen. Achso, ja gut, damit kann ich im Moment auch nicht dienen. Da hab ich ein bisschen mehr von. Hier ist es ja egal, was ich da mache. Das kann ich ja komplett eigentlich alles schon mal. Ich find nix außer Stein. In Ordnung hier rein? Wie sieht's draußen aus, wenn du grad da vorne stehst? Dunkel. Dunkel. Gut. Jetzt hab ich das Räusch gar nicht gehabt, wo ich die Stickies wieder aufnimm. Leicht irritiert. Oh ja, ist, äh... Hier ist einiges an Kohle. Ja, ich hör's. Bling, 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 bling. Erstmal leveln. Bist du schon Level 1? Äh, oder 2? Ja, ja. Das hab ich schon geschafft. Krass, ja, also hier ist wirklich grad Kohle, oh maß, muss man echt mal dazu sagen. Also, das ist auch, das ist glaube ich nicht seit Neuschmiss so, aber früher war's... Das ist schon länger so, dass du so Kohleadern gefunden hast und die relativ groß waren. Ja, aber so, ich kenn noch die Anfangszeiten, wo ich das gespielt hab, da war das dann schon teilweise schwer, Kohle zu finden. Da waren das vielleicht mal 5, also so wie Eisen eigentlich, oder? Kann man sagen. Ja. Konnte man das finden. Kommt auch Musik zum Tag, ich weiß es nicht mehr. Ich hab Musik ausgestellt, weil ich ja Musik wieder hinterleg. Aber wenn's anfängt, gibt's wieder Musik, ja. Guck jetzt nochmal ganz schnell, das will ich ganz kurz gucken. Ah, mir hat's meine Geräusche wieder umgestellt. Bisschen lauter. Ähm. Ah, ich hab Kohle gefunden. Oh, jetzt hab ich aus Versehen einen Holzblock gesetzt. Ich bin immer noch am Kohle abbauen. Ohne Spaß, wenn endet das denn hier? Das ist ja echt krank. Ich glaube, ich hab's gleich. Pass auf, gleich stehen wir uns gegenüber. Haben hier eine riesige, haben 10 Steaks Kohle gefarmt. So, ich hab's geschafft. Hey, Level 1. Ich bin Level 4. Das ist glaube ich zwei Level her, also das ist krass. Kohle bringt ja, glaube ich, gar nicht so viel, hab ich immer gedacht. Naja gut, die Menge macht's, ne? Naja, das waren jetzt, das war, ein Stack war das jetzt? 64 Kohle hab ich jetzt auf einem Platz gehabt. Ne, so viel hab ich noch nicht. Das ist krass, ey. Ja, du, ich sag ja, das war jetzt ja riesig, ey. Das hab ich jetzt auch noch nicht gefunden. Auf jeden Fall müssen wir ein paar Höhlen finden, weil ich will ein paar Höhlen erkunden, weil... Ja, das macht immer Laune. Das macht echt Spaß, grad zu zweit dann. Ja. Aber dafür ist noch ein bisschen früh. Nein, jetzt noch nicht. Also da müssen wir erst mal, äh, Eisenrüstung haben, würd ich sagen. Ja. Ich glaub, sonst überlebst du es nicht. Zumindest nicht lange. Ich glaub, ich grabe grad... ...deinen Gang gleich. Weiß nicht, versuch's doch. Weil dein Name ist nämlich, ja... Komm, wir graben mal, vielleicht finden wir uns, dann haben wir einen schönen Rundgang gegraben. Guck, guck. Hallo. Ach, da bist du ja. Erstmal Focke. Ja, schön. So, sagen wir mal. Aber gleich müsste ja auch wieder Tag werden hier. Ja, ja, schon. Guck mal, das hier alles war hier grad Kohle. Der ganze Raum. Ja, so ähnlich war's bei mir auch. Das ist Hammer, also. So, ach, es dämmert wunderbar. Oh, das ist schön, ähm, noch irgendwas craften. Ich nehm, wir nehmen das Zeug mal wieder mit. Ach so, Entschuldigung. Nein, nein, ich wollte... Nee, nicht. Ich hab nix mehr gekräftet. Ich hab noch geguckt, eigentlich. Ach so. Gut. Voll ist die Luft. So, jetzt gucken wir uns mal ein bisschen die Landschaft an. Also, ich will jetzt auf den Berg mal ein bisschen gucken. Da komm ich doch mit. Müssen wir jetzt erstmal machen. Oh. Au. Oder so. Krass. Diese Schweine. Hier, deine Level. Ja, warte, wo? Wann ist das einsammeln? Da liegt doch so... Level 2. Ähm, gut. Ich will da eigentlich auf diesen Berg hier hoch, weil ich glaub, da hat man einen ziemlich guten Überblick. Wie kommt man da hoch? Ja. Wie kommt man da hoch? Alter, das sieht so geil aus mit diesem Wasserfall hier. Das ist... Ja, das ist schon cool. Oh, da ist noch ein Zombie. Au. Kleines Skelett. Diese Aimbot-Fiecher. Du kommst jetzt hier runter? Spaß, ich triff's nicht jetzt. So. Ausgeschossen. So, ich würd' sagen, hier sieht es doch einigermaßen gut aus. Ähm. Oh, Bunny. Ich wollte eigentlich hier die Ding wegmachen. Achso. Ich wär jetzt hier gebunnyhoppt. So. Ja, ich glaub, über 2 kannst du nicht springen, deswegen. Ah, hier ist so, so, so ne Art Schlucht, ne? Alter. Und hier kommen wir nicht weiter. Aber wir können doch hier hoch, oder? Ja, ja, da gucken wir jetzt mal. Wir müssen uns hier mal ein bisschen durchbeißen. Boah. Hopp. Na ja, fast. Nein, jetzt bin ich runtergeflogen. So, jetzt geht's los. Ach, egal. Okay, Leute, es kann ein bisschen länger dauern hier jetzt. Achso, hier haben wir ja. Oh, geh weg von mir. Hier ist Kohle. Nee, ich schlag nicht. Achso. Ja, ich aber. Dann werden wir wieder quitt. Hey, ohne Spaß, ich komm da nicht hoch. Ja. Gibt's da keinen normalen Weg, so ne Treppe, oder? Lauf mal ein bisschen durch die Schluchten. Sieh schon meinen Namen, denk ich mal. Dann geh ich mal da hoch. Wir treten uns einfach oben auf dem Berg. Naja. Ich folge dir einfach mal. Das sieht hier am besten ein. Boah, da kommen wir nicht ganz so schnell hoch. Ich will jetzt nicht den ganzen Berg abbauen müssen, weil ich da hoch will, eigentlich. Das sieht doch jetzt hier gut aus. Ach, hier, guck mal. Eine riesige Hafenanlage. Das hab ich jetzt auch gedacht. Guck dir das mal an, das wird sich ja voll anbieten dafür. Alter. Geil ist das. Sind das da oben schwebende Inseln? Ja. Sieht so aus. Vielleicht kommen wir ja hier auf den Berg. Ja, also irgendwie werden wir es schon mal schaffen, hier hochzukommen. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Das macht uns doch jetzt nicht schon der Berg hier fertig. Das kann doch nicht so schwer sein. So, hier. Das sieht doch gut aus. Hier. Das ist doch eine Art Treppe. Das ist toll. So eine Art Treppe. Ja. Ich guck dir das mal an. Alter. Geht noch weiter hoch. Ich will erst mal ganz hoch. Dann hat man mal ein bisschen Überblick. Ganz kleines bisschen. Hopp, 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 hopp. So. Bist du schon ganz oben? Wo bist du denn? Noch nicht. Aber ich bin auf dem besten Wege dahin. Jupp, jupp, jupp. Ah. So. Jetzt hab ich's geschafft. Und ich gammel hier unten rum. Bist du? Äh, ich seh dich gar nicht mehr. Ich auch nicht. Hallo? Ich bin einfach auf dem Berg. Hoch. Ah, ich seh dich. Ja, hallo. Ah, jetzt hat er einen gewundenen Weg. Ja, da hinten haben wir auf jeden Fall schon mal jede Menge Sand. Da sind wir ja gestartet, oder? Genau. Wir sind ja immer da hinten hier Richtung Baum, sag ich jetzt mal, sind wir, glaube ich, gestartet. Ja. Das Wasser, das ist nicht so gut. Ja, da hinten sind wir gestartet auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ähm. Alter, das ist das. Das ist vor der Haustür gleich so eine richtig geile. Ja. Nur für große Sachen oder so müssen wir mal gucken. Weil da müssen wir, glaube ich, dann viel abbauen. Ähm, ich hätte halt gesagt, dass mal, sag ich jetzt mal so, wenn wir zum Beispiel einfach mal nehmen, mal den Punkt Hafenanlage, dass wir das halt an den Berg anbringen, dass wir halt ein bisschen mehr ins Meer reinbauen, sag ich jetzt mal. Ja, ich glaube, letztendlich wird es schön darauf hinauslaufen, dass wir viel in den Berg hineinbauen. Ja, oder an den Berg ran gucken, dass wir das größtenteils so ein bisschen verbinden mit dem Berg, weißt? Ja. Sag ich jetzt mal. Müssen wir halt mal gucken, wie das kommt. Alter, das sieht hier halt, die Bucht sieht halt schon mal richtig geil aus, ey. Also das kann schon ein... Ups, das kann schon einiges hier. Jetzt mal hier weiter, weil da hinten sind ja auch noch Berge. Ich nehme mal gerade hier den Baum noch mit. Oh, lass doch den armen schönen Baum. Der hat doch eine schöne Aussicht hier oben. Schön für ihn. So, ein paar Blümchen, hör mal auf. Der sieht halt hier... Oh, guck dir das mal an. Warte, ich muss noch über den Berg. Alter. Erst mal Shift drücken. Oh, jetzt verschwindet der Berg da hinten. Das ist halt hier. Halt überall. Das ist richtig geil. Ja. Ach, guck mal. Da hinten ist eine relativ geradene Ebene. Da könnte man ja anfangen, was Schönes zu bauen. Weil wenn wir hier irgendwie Häuschen oder so bauen wollen, dauert. Ich hätte ja gesagt, dass wir hier hinten vielleicht ein großes Haus machen und im Keller unser Lager. Ja. Dass wir das da hinten alles machen, weil wenn wir jetzt am Berg bauen und wir bauen uns runter, dann tun wir ja eigentlich praktisch im Berg drinnen bauen. Und wir müssen ja tiefer runter, um die, um, sag ich jetzt mal, Diamanten und so zu finden. Deswegen wäre das von der flachen Fläche aus am besten eigentlich, würde ich sagen. Ja, da hinten, wo wir direkt drauf gucken, ne? Ja, genau. Dann gucken wir mal, dass wir hier wieder... Irgendwie runterkommen. Nein. Ah doch, hat geklappt. Uh, das war knapp. Das mache ich nicht nochmal. Ich suche mir einen anderen Weg. Gott, ey. Das sah echt so aus, als würde ich jetzt gleich wieder vom Startpunkt anfangen. Ich habe hier eine schöne Treppe nach runter gefunden. Ich baue mal Kohle ab. Ach, hier sind noch wieder die ganzen Pferde. Na ja, haben wir mal alles hier erkundet, ne? Ja, also so den kleinsten Bereich, als ich würde sagen... Ich weiß nicht, wie tief das Wasser da unten ist, sonst würde ich reinspringen. Äh, es reicht, glaube ich, eins. Ne, eins reicht nicht. Sicher? Achso, ja, es kommt auf die Höhe dran. Ja, ich glaube, zwei war es. Ah, ich weiß nicht. Zwei reicht, aber eins ist ein bisschen mau. Ich bin unten. Stimmt, ja, ich habe noch Kohle abgebaut. So, ah, hier sind die Pferde, ja, genau. Und viel Zeug haben wir hier ja auch genug. Na du. Hey. Ach, guck mal, da hinten sind weiße Ponys. Sollen wir mal ein bisschen in hier die Richtung? Wir haben uns jetzt so auf die Berge fixiert. Ja, ja. Dass wir gar nicht wissen, was hier hinten ist. Ach, da hinten ist ein Sumpf. Mal eine ganz schöne Frage. Können wir Lasagne machen? Wie Lasagne. Achso. Pferdelasagne. Ich weiß nicht. Da hinten sind auf jeden Fall Schafe. Schwarze, weiße, graue. Das ist auch schon mal schön. Mir folgt hier irgendwas Grünes. Oh mein Gott, hier. Das ist ein Creeper. Oh, guck mal, der macht alles kaputt. Da bin ich nicht schnell genug weggekommen. Das Sumpfgebiet hier. Ja, das Sumpfgebiet. Das ist natürlich mehr in alles. Mehr in Wüste, mehr in Sumpfgebiet. Mehr in Grünfläche, mehr in Berge. Alles, was man so braucht. Mehr in den Atrox verloren. Hallo. Wo bist du jetzt hin? Ich hab Kohle gefunden. Jetzt sind die Höhle da runter. Nee, das ist keine Höhle. Das ist nur so eine kleine... Ah. Nee, da bist du nicht. Das sind... Ich komm gleich wieder hoch, warte. Okay. Oh, und ich hab... ...Eisen gefunden. Oh, das ist natürlich sehr gut. Oh, ich hab auch Kohle gefunden. Ah, jetzt hab ich dich auch gefunden. Ah, schnell das Eisen abbauen. Nein, wir gucken nachher. Wir schmeißen ja eh alles in einen Topf. Ja, ja. Jetzt gucken wir schon. Oh, das war gar nicht schlecht. Neun Eisen. Nee, acht. Oh, das ist wirklich gut. Ich nehm die Kohle nochmal mit. Kohle ist nämlich ziemlich wichtig. Erstens wegen dem Level her. Und zweitens kann man davon any genug haben, weil Fackeln braucht man immer. Ja. Ähm. Ich würde gern so einen Zähler hier noch installieren, damit wir mal sehen, wie viele Fackeln wir eigentlich hier planten im Laufe der Zeit, wie viele Meter wir zurücklegen. Das wär cool. Aber das gibt's irgendwo? Es gibt's. Ich hab's auch schon gehört. Das kann man auf dem Server installieren. Das musst du... Ah, hier. Statistiken. Aber das ist insgesamt... Allgemein, Blöcke, Gegenstände. Kann man auch nicht zurücksetzen. Ja, eben. Das wär halt schon geil. Oh, komm mal, wie viel weiße Pferde. Hallo. Kriegt man Fleisch, wenn man die tötet? Ich probier's mal. An alle Pferdeliebhaber, es tut mir leid. Oh, Spaß. Ne, man bekommt Leder. Ich hab jetzt gar nichts bekommen. Okay, Pferde töten lohnt sich nicht. Doch, Leder. Das kriegt man aber auch bei Kühen. Das wär besser, weil... Ich find's eigentlich ganz schön. Irgendwo hier ist ne Höhle, ne? Ach, da unten. Jaja. Leder brauchen wir für Bücher. Oh. Boah, geh da nicht rein, ne? Ne, ne, ne. Jetzt mach mal erstmal, es wird schon wieder nachkommen. Wir verzetteln uns hier voll. Wir brauchen jetzt mal ne Unterkunft. Ja, hier, das ist doch...